Interesse an meine Karten? Am Ende des Videos wirst du informiert. Habe die Ehre. Grüße und herzlich willkommen zur neuen Tagesenergie am 30. April, ja genau, am 1. Mai. Ich bin so gut, ich bin ja ein Genie hier. Ich bin ein Genie. Natürlich 1. Mai, denn es ist ja Feiertag, das ist doch Tag der Arbeit. Was steht denn da drauf? Mai-Feiertag, Staatsfeiertag, Tag der Arbeit. Habe ich doch recht. So, jetzt aber, 1. Mai. Jetzt sieht man nicht, weil es rot ist. Müsst ihr euch halt merken. Ich muss das blöde Mikro ein bisschen wegschieben, weil mir das direkt vor der Nase hängt. So, wir gucken für den 1. Mai. Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. Einen sonnigen Tag. Mal gucken, was ich heute mache. Wenn meine Tochter Zeit hat, gehen wir in die Strandbar. Wir haben an der Isar eine Strandbar. Da hat ein Wohnwagen und hat da Strandambiente aufgebaut. Mit Liegestühle und so Schaukeldinger. Und da steht aber das ganze Jahr. Und das ist direkt an der Isar. Und das ist zwar auch direkt an der Straße, aber trotzdem ist das schön. Und da wollen wir morgen hin spazieren. Wenn sie da ist. Wenn nicht was anderes ihr in die Quere kommt. Weil sie ist halt bei einer Freundin. Und wenn es morgen schön ist, dann vielleicht machen die zwei ja was. Oder eine Klicke was. Da stehe ich natürlich gerne zurück. Nur wenn sie nichts heißt, dann machen wir was. Aber wir werden sehen, wo ich morgen bin. So, morgen haben wir. Ja, irgendwas blockiert uns. Und trotzdem geht es voran. Ja, irgendwie offizielle Sachen, die vorangehen, die uns dann blockieren. Oder, oder. Hier geht die Freude voran. Und die offiziellen Sachen werden blockiert. Wir gucken erstmal. Also, es ist bestimmt so ein Anteil von beides. Aber morgen ist ja Feiertag. Da wollen wir uns doch gar nicht ärgern. Darum sagt er das Wort. Feiertag. Und ist euch aufgefallen, dass wir die letzten Tage immer und immer wieder selber in unseren Legungen auftauchen. Und das ist immer so ein Hinweis. Es geht speziell um jeden Einzelnen von uns. Freude. Es geht voran mit Freunden. Also, hier ist doch schon mal ein schöner Tag. Mit Freunden. Dann stimmt das schon. Weil wir sind dankbar über die Blockade. Dass wir hier, das ist so eine Auszeit. Wir nehmen unsere Auszeit über alles offiziellen Blödsinn. Das blockieren wir. Da wollen wir gar nicht drüber reden. Da wollen wir nicht diskutieren. Wir wollen eigentlich nur einen schönen Tag mit Freuden erleben. Und den ganzen Kummer, der hier liegt, blockieren wir. Machen wir weg. Wollen wir nicht. Und das ist gut so. Man braucht so eine Auszeit. Und das ist jetzt nicht Kopf in Sand stecken. Sondern das ist einfach mal das Leben genießen. Und das muss sein. Das soll sogar sein. Wir haben Manipulation, Meldungen, bewusst und Wissen erlangen. Ihr seht. Diese Meldungen wollen mal manipulieren. Und das ist uns aber bewusst. Geht uns unwahrscheinlich auf den Nerv. Und deswegen blockieren wir das. Wir wollen es nicht mehr wissen. Wir wollen uns damit nicht mehr beschäftigen. Wir wollen uns nicht mehr manipulieren lassen. Wir wollen wirkliches Wissen. Und das ist eine gute Bewegung. Eine gute Richtung, wo man läuft. Speziell auf morgen haben wir wirklich. Wir blockieren alles, was uns nervt. Ganz bewusst, weil wir hier einen schönen Tag haben wollen. Das sind die Grundkarten. Und uns ist bewusst, dass uns die Meldungen dementsprechend manipulieren sollen. Denn, und da uns das bewusst ist, können wir es auch bewusst blockieren. Und das ist kein Kopf im Sand. Das ist einfach, ich gebe diesen ganzen Blödsinn keine Energie mehr. Oben drüber liegt das Wissen. Ich möchte das Wissen. Auf lange Sicht, was so eine Tageslegung ja auch immer mit sich zieht, ist ja, dass es hier wirklich vorangeht. Voran mit der Freude. Voran mit dem Wissen, mit dem Bewusstsein, dass wir manipuliert werden. Dass uns das nicht gefällt, dass die nur uns Kummer und Sorgen machen. Und dass wir das aber blockieren können, indem wir wirkliches Wissen erlangen. Und das ist eben recherchieren, lesen, auch kontroverse Sachen lesen. Das ist immer ganz wichtig. Nicht nur seine Bubble lesen. Also, wir sind ja, ich vermute mal, dass wir alle, die hier zuhören, mehr oder weniger wissen oder vermuten, was da draußen los ist. Und glauben, viel zu wissen. Und trotzdem ist es wichtig, beide Seiten mal zu hören. Denn, also ich mache das in unregelmäßigen, größeren Abständen, ich muss das ehrlich sagen, dass ich mal irgend so einen Blödsinn anschaue oder eben bloß Ausschnitte. Und wenn ich da dann wirklich kein Bild bekomme, wenn das wieder bloß ein Framing von unserer Seite ist, da gibt es das Framing ja genauso, dann wir wirklich mal was Größeres und Längeres anschauen, um mir ein Urteil zu bilden. Ich habe letztes Mal mit meiner Tochter ein Video geguckt, wo ein Mensch, ein junger Mann, der nicht mal unsympathisch war, aber erzählt hat, warum die AfD lügt, warum die AfD scheiße ist. Ich habe es mir angesehen und angehört. Aber eben mit der Prämisse, ich will wissen, wo der das her hat. Und habe dann auch mit ihr gesorgt. Und jetzt schauen wir uns die Quellen mal an. Der hat erzählt von irgendeinem, ja, von irgendeinem Gespräch und, und irgendeinem, ja, auf jeden Fall, AfD ist eben nicht kinderfreundlich. Das hat er mit diesem Gespräch praktisch bewiesen. Hat einen, in der Leiste eben einen, hier kannst du gucken, dass es stimmt. Und da haben wir dann hingeklickt, das will ich jetzt sehen. Und der hat von dem ganzen eineinhalb-Stunden-Gespräch eine einzige Frage von der Reporterin gebracht. Und nicht mal die Antwort drauf. Das war das ganze Beweisvideo. Ich bin da gesessen und sage, und jetzt? Ich muss wenigstens die Antwort hören. Also da hat meine Tochter auch ganz schön dumm geschaut, weil die guckt das natürlich auch nicht an. Die glaubt ja, was gesagt wird. Also, dann haben wir uns das richtig gesucht und dann haben wir gehört, was der andere gesagt hat. Und dann war das schon gar nicht mehr so. Also, ich habe das auch mit meiner Tochter gemacht. Ist aber auch so, dass ja nicht nur Idioten in diesem Fernsehen oder in der Mainstrecke sind, dass es doch ab und zu mal auch Menschen gibt, die eigentlich für meine Begriffe was ganz Logisches sagen. und ich dann denke, was ist jetzt da dran verkehrt? Muss ich auch sagen. Das erklärt dann irgendjemand, warum das ja so verkehrt ist, aber ich sehe das nicht. Also, beide Seiten haben verschiedene Facetten. Und das muss ich ganz ehrlich sagen. Und darum muss man beide Seiten hören. Dass aus unserer Sicht diese Seite zu 90% lügt und Scheiß erzählt, aus meiner Sicht ja. Ja, aber 10% sind auch ehrlich. Ist halt schwer, die rauszufinden. So wie wir erwarten, dass andere, die da drin in dieser Blase sitzen, das hier anhören, müssen auch wir das hier anhören, um uns eine wirkliche Meinung zu bilden. Und das ist nicht alles Gold, was glänzt, was diese Seite erzählt, aber auf der anderen Seite ist nicht alles schwarz, was dunkel ist. Das Gegenteil. Also, wir finden auf beiden Seiten, wenn wir jetzt von unserer Seite ausgehen, da gibt es einige schwarze Schafe. Und wenn ich jetzt die andere Seite anschaue, die schwarze Seite, sind auch da weiße Lichtpunkte. Und darum wichtig, immer beim Wissen, immer beide Seiten hören und vielleicht eine neutrale dazu, dass du dir irgendwo eine eigene Meinung bilden kannst, einen eigenen Eindruck hast, eine eigene Meinung, kann man sich in Wirklichkeit eh nicht bilden, weil du, weil wir alle keine Genies sind und von allem irgendeine Ahnung haben. Wenn der mir irgendwas über Kraftstoff, Strom und so weiter erzählt, ich habe da Oberflächenwissen, wie jeder von uns. Sobald das in die Tiefe geht, habe ich keine Ahnung mehr. Der erzählt mir von Zappelstrom und Windrad, was irgendwie logisch für mich ist, aber wie das dann wirklich ist, habe ich keine Ahnung, überhaupt keine. Weil ich da, da muss ich den Menschen glauben, die das erzählen. Und das ist das Gute, weil unsere Seite ja wirklich erzählt, das und das und das und das, das kann ich mir anhören, was alles scheiße ist an dem Windrad. Und wenn ich dann die Gegenseite mal ein Interview kriege, wo sie auch ein bisschen sowas nachfragen, merke ich, das sind Ausflüchte. Also stimmt für mich mehr das wie das, weil sonst könnte der ja diese Seite ja wirklich argumentieren. Können sie aber nicht diese ja. Und das ist für mich schon ein Riesenindiz. Die haben was zu sagen, die haben nichts zu sagen. Und daraus kann ich jetzt für mich schließen, diese Seite hat Argumente, an die sie nicht. Also hallo, diese Argumente sind für mich griffig und stimmig. Das ist das Gleiche bei der AfD, wo die, und ich will jetzt keine Werbung für die AfD machen, jeder macht was er will. Aber diese Leute, mag man sie oder mag man sie nicht, stellen sich und sagen den Leuten in jedem Interview oder oder oder, was für Meinung sie haben, was sie machen wollen. Ganz ehrlich, mit Argumenten, warum etwas nicht gut ist und so weiter. Sie haben immer Argumente, die magst du jetzt haben oder nicht haben. Wenn wir diese Seite fragen, da sind keine Argumente. Da heißt ja, dass das Ausflüchte, Geschwafel, Oberflächenkrampf oder die Frage wurde nie beantwortet. Wenn du Interviews mit Scholz hörst zum Beispiel und da wirklich was gefragt wird, dann ist das Geschwafel. Du hörst, du kriegst nie eine Antwort. Diese Seite gibt Antworten und diese Seite fragt auch. Diese Seite sagt, mit denen rede ich nicht. Die sind ja böse. Ja, natürlich reden die mit der Seite nicht, weil sie da Fragen beantworten müssten, die sie nicht können. Und das sind solche Sachen, wo ich sage, kann ich für mich entscheiden, ein Wissen erlangen, auch in in den Gebieten, wo ich mich überhaupt nicht auskenne. Aber rein, um beide Seiten zu vergleichen. Natürlich viel Bauchgefühl, aber ich sage da, wir sind alle keine keine Genies und kennen uns überall aus. Und das ist eben auf der ganzen Welt so und jeder Mensch so, du kennst dich nicht überhaupt aus. Aber man kann Fragen anhören und man kann die Antworten anhören. Und sowas wird ja heutzutage ganz wenig gemacht. Die wissen schon, warum. Also wenn du in einer Talkshow bist oder was weiß ich, wie die ganzen Dinge heißen, sprechen ja alle über das Gleiche und sind sich komplett einig. Und wenn dann einer da ist, einer, wird auf den rumgehackt, warum er so blöd ist. Und wenn man dann gar nichts mehr weiß, und das siehst du oft in Talkshows, wo eben ein AfD-Politiker sitzt, wo dann auf einmal irgendwas Uraltes aus dem Hut gezaubert wird oder aber der ein Mitglied von der AfD hat ja irgendwo irgendwas, was mit dieser Person, die da ist, gar nichts zu tun hat. Wenn sie nicht mehr auskönnen, kommt sowas. Nur nur Anfeindungen. Und das sagt mir, diese Leute haben wenig zu sagen, haben dem nichts entgegenzusetzen. Und das meine ich mit recherchieren. Und ich habe aber auch schon Interviews gehört oder Reden oder wie gesagt, Diskussionen angehört von dieser Seite von ganz klugen Menschen, wo mir auch gesagt habe, ja okay, das verstehe ich jetzt, warum und wieso. Die aber auch natürlich eingestellt mussten, dass nicht alles Gold ist, was grenzt und dass vieles verkehrt läuft. Aber dies und jenes und warum und wieso kann ich dann auch, aber muss ich auch hören. Wenn mich das Thema dann mehr interessiert, dass ich wirklich eine Entscheidung treffen möchte, höre ich von diesem Thema natürlich auch die andere Seite an und habe dann eine zweite Frage, entschuldige, andere Antworten. Und dann finde ich für mich raus, was stimmig ist. Du kannst auch Bücher lesen oder oder oder. Also dieses Wissen muss man sich holen. Man sagt ja immer, Wissen ist eine Hohlschuld. Habe ich aber jetzt mal ganz anders gehört und das war mir eigentlich sympathischer, denn man muss das Wissen auch anbieten. Mittlerweile musst du dir das Wissen ausgraben. Also wenn du wirklich was wissen willst, musst du es ausgraben. Jetzt habe ich einen Frosch im Hals. Zuck mal nicht. Wenn du eine Gegenmeinung suchst, irgendwo musst du rumgraben. Wenn die jetzt nicht politisch korrekt ist oder die Leute das jetzt nicht so toll finden, was der gesagt hat. Du findest es nicht so einfach. Du musst wirklich graben und das ist das, wo ich sage, man muss das Wissen auch zur Verfügung stellen. Mittlerweile stellt man das Wissen nicht zur Verfügung. Mittlerweile musst du graben, aber das hilft dir nicht. Willst du eine wirkliche Meinung und eine wirkliche Entscheidung treffen, musst du überall hinschauen. Willst du heute ein Haus bauen, entscheidest du, was für ein Haus soll es denn grundsätzlich werden. Und dann kommen ganz, ganz, ganz viele Fragen auf dich zu. Welches Material? Welche Balken? Welche Statik? Wo soll es grün oder blau sein? Wo wollen sie ihre Steckdosen? Und, und, und. Das ist jetzt bloß das, was mir spontan einfällt. Da gibt es unwahrscheinlich viele Entscheidungen. Und du musst dich für jede einzelne eigentlich schlau machen. Was ist jetzt das Beste für mich? Welches Material hat Vor- und Nachteile? Welches Material möchte ich denn? Gehen wir mal davor aus, dass die Kosten keine Rolle spielen. Dann musst du dich erkundigen, ja, welches Material zahlwillig. Was ist denn der Vor- und der Nachteil? Und, und, und. Da musst du genauso graben, sage ich jetzt mal, fragen und so weiter. Also das ist im Leben genauso, ob du jetzt ein Haus baust oder nicht, willst du eine eigene Meinung hast, musst du dich damit beschäftigen. Ansonsten hast du eine Tendenz und sonst nichts. Meinung ist das dann keine, sondern eine Tendenz, weil dein Bauchgefühl sagt. Aber du hast da nicht wirklich ein Wissen darüber, dass du deine Meinung begründen kannst. Und vielen Menschen langt das Bauchgefühl, bei vielen stimmt es auch, aber wenn du eben in einer Diskussion, wenn du andere Leute überzeugen willst oder erklären willst, warum und wieso du das so denkst, musst du auch ein Wissen haben. Einfach nur das jetzt, weil ich das so glaube, ist ja ein bisschen dünn, würde ich sagen. Gut, ich komme schon wieder von Hunderten ins Tausende. Morgen haben wir einen Tag mit Freunden, der schön wird, weil wir alles andere ausblenden und das ganz bewusst, obwohl morgen bestimmt hier auch blöde Nachrichten kommen, aber wir blockieren die und dann wird es gut. Also lasst dich nicht hier verunsichern und wir merken auf lange Sicht, wir werden immer mehr belogen und betrogen. Wir haben immer mehr Kummer und werden immer mehr graben. Das ist die lange Sicht. Okay, weltlicher zu Ende war lang genug. Kommen wir zum Spirituellen und da mag ich jetzt erstmal hineinschauen. Ich habe so das Gefühl oder wichtig, also es kommt das Wort wichtig. Es ist so ein Anfangstag. die Energien morgen sind so ähnlich wie gestern, orange und gelb, so rüber und hier oben lauert es aber schon, da sehe ich lauter so, wie so Nieselregen, blau, grün, gelb, schwarz, also alle möglichen Farben, die aber ineinander übergehen, also nicht gemischt sind, also kein Konfetti, sondern die übereinander übergehen und hier praktisch schon warten, dieses orange-gelb zu übernehmen. Das ist so ein Übergangstag, so ein Finaltag, ein Starttag, sage ich jetzt mal, also so kam es mir auch gleich, also hier kommt eine neue Energie hier rein, die das genau eigentlich auslöst. Ich schaue jetzt mal, wie sich die Energie auf die nächsten Tage entwickelt. Okay, okay, also ich habe jetzt hier in den nächsten Tagen oder ich sage mal Mai, hier geht der Schleier mit den ganz vielen Farben so runter, wird ein bisschen dunkel und auf einmal geht dieser Schleier so auf und dann kommt eine weiße Säule hier. Das ist das, was ich energetisch sehe, wie sich der Mai entwickelt. Also hier kommt ein Wissen, dieses Weiß ist ein Wissen, wo ist meine Karte? Da ist er. Das ist eine Erleuchtung, ein Oha, ein Achso ist das. diese ganz verschiedenen Farben, die sind nicht böse, die drücken bloß, die drücken richtig runter, das ist so, du drückst den Senf aus der Tube, da musst du ein bisschen Gas geben, da musst du ein bisschen draufdrücken oder eine Ketchupflasche, da geht es schwerer. Nehmen wir mal so eine Plastikketchupflasche, wo ich meine, hinten kann ich es fast momentan gar nicht drücken, weil die Falsche schwer ist. Dann nimmst du beide Hände und drückst es da drauf, weil die Plastik dicker ist und genau so, da wird was rausgedrückt, also und hier wird es jetzt reingedrückt, sage ich jetzt mal zu uns, aber nicht wirklich schwarz, das ist nicht schwarz, das hat alle möglichen Farben, hat zwar so schwarze Striche drin, ja, nicht alles Gold, was glänzt, aber es ist vielfarbig, aber es ist schwer drückend, was hier runter drückt. Morgen ist noch orange und gelb, aber das lauert hier oben schon, also der eine oder andere merkt das schon. Jetzt schauen wir mal speziell für morgen, wie der Tag morgen für die Menschen aussieht, die ihr leben. Okay, okay, okay. Ja, ich sehe einen Mann mit Hut, vielleicht kommt das daher, weil ich gerade so ein Video gesehen habe von alten, Filmen von 1800 irgendwas, wo sie bloß auf der Straße gestanden haben und gefilmt haben und die hatten alle einen Hut auf. Vielleicht habe ich es deswegen mit Hut gesehen, fand ich jetzt bloß lustig. Der picknickt da irgendwo und pfeift und schaut so in die Ferne, also rechts von sich in die Ferne, rechts in die Zukunft, also rechts in die Zukunft, links in die Vergangenheit. Das ist interessant, rechts in die Zukunft und sieht da am Horizont so dunkle Wolken aufziehen. und sagt, okay, das wird ein Gewitter, aber diesen Tag, das jetzt genieße ich noch. Also genießt diesen Tag, dafür ist der da. Man merkt aber schon, dass was aufzieht, dass was kommt, dass hier etwas Drückendes kommt. So, und jetzt will ich mal trotzdem gleich mal reinschauen, so als Monatsvorschau, wie entwickelt sich denn der Mai? Was machen denn die Menschen? Ich sehe eine Szene am Fluss, weiß nicht warum. doch am Fluss des Informationen. Es regnet. Es schüttet sogar. Und manche Menschen laufen ins Haus, aber viele Menschen bleiben stehen mit Regenschirm und deuten so hin auf irgendwas. Du schau mal da und schau mal da und schau mal da. Die bleiben im Regen stehen und schauen da zu. Und dann, das ist praktisch die ganze Szene und hier am Rand auf einmal kommt auf einmal die Sonne wieder, wo die Menschen schon wieder lachen. Also da sitzen, also hier regnet es noch ganz fürchterlich mit Regenschirm, aber die Leute bleiben stehen im Regen und deuten auf etwas. Also schauen da etwas hin und betrachten etwas und reden auch darüber, weil sie etwas sehen. Und hier wird es dann schon hell und da wird es dann schon wieder die Sonne und diese Leute grinsen schon wieder. Also die grinsen wieder aus Herzen. Einige Leute verstecken sich in die Häuser, die bleiben weg, aber es stehen noch einige. Jetzt nicht, es ist kein voller Platz, aber ich sage mal, wenn auf diesem Gehsteig 100 Leute Platz haben, stehen 30. Also so ein Drittel, sage ich mal. und stehen im Regen, aber geschützt im Regenschirm und deuten drauf. Das heißt, hier kommt im Mai eigentlich sehr viel raus. Wissen, also ich bin am Fluss, Wasser ist absolut Wissen für mich. Am Fluss, wo schon mal ganz viel Wissen ist und es regnet in Strömen. Das heißt, hier kommt absolut Wissen runter. Wissen, was die Leute eigentlich manipulieren sollen. Denn aber diese Menschen haben Regenschirme. Die einen laufen weg, stecken den Kopf im Sand, laufen in die Häuser, wollen gar nicht sehen, machen da zu und so. Die machen, das sind so, ja, die wollen nicht hinschauen. Und die anderen bleiben stehen, schützen sich aber mit dem Regenschirm. Dass diese, der Regen von oben, der eine Manipulation jetzt für mich darstellt, dieses Manipulationswissen schützt. Bewusst geschützt wird. Sie bleiben gewusst im Regen stehen. Das heißt, sie bleiben bewusst, sehen die Manipulation bewusst, schützen sich davor und deuten hin und sagen, schau mal da hin. Sehen, was passiert jetzt. Also passt genau hier hin. Und darum auch dieser reißende Fluss, der natürlich mit dem Regen immer mehr wird, das ist richtiges Wissen. Das vom Himmel ist eben diese Manipulation, die die Leute von oben treffen soll. Dieses Drückende, was darunter kommt. Und ja, im Mai und dann kommt eben der Streifen schon, wo die Leute wirklich herzhaft lachen. Das sollte sich rein von meiner Sicht und so, wie ich es interpretiere, denn jede Sicht ist nur so gut, wie der, der sie interpretiert. Also aus meiner Sicht und das ist reine meine Interpretation, ist es, dass wir im Mai mit viel konfrontiert werden, mit viel Wissen, wo viel, 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 viel Informationen dabei sind. Wir uns aber bewusst das anhören, weil wir wissen, dass wir manipuliert werden, geschützt sind, um es aufzudecken, um zu sagen, da schau hin. Also die Leute deuten immer wohin, die sehen irgendetwas und bleiben trotzdem stehen. Also wir halten Stand, wer auch immer da steht, welche, das ist nicht alle Menschen, das ist eine Gruppe von Menschen, sie halten Stand, sie schauen hin, sie schützen sich und dann kommt eben am Rand die Sonne schon wieder und da wird es wirklich heiter, das wird gelöst hier am Rand, ist es wirklich so und lachen und so weiter. Also jetzt haben wir es geschafft, was auch immer, wo auch immer, in welchem Bereich auch immer, ich glaube nicht, dass das jetzt für die ganze Deutschland und für alles gilt, sondern ist es ein bestimmter Bereich, wahrscheinlich für jeden was anders, aber hier heißt es, hier wird nochmal fest auf die Trubel gedrückt im Mai und wir schauen bewusst dorthin, bleiben standhaft, im Regen stehen, sind geschützt und dann kommt uns die Sonne wieder. Interessant, 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 habe ich so auch noch nie interpretiert, noch nie geguckt. Ja, ich lasse das jetzt mal so stehen, ich weiß nicht, ob das stimmt, wir werden sehen, ist jetzt wieder erfahrungswert, ich kann euch nur das deuten, was es für mich ist und was es für mich vom Gefühl her sind. Wassen ist, Wassen, genau, Wasser ist für mich immer Wissen, das ist intuitiv, heißt das für mich Wissen und meine erste Frage oder meine, was ich gemerkt habe, ist, wo ich das den gesehen habe, denke ich, das ist ein Fluss, warum ist denn da ein Fluss? Ich sehe eigentlich meinen ganzen Vorschauen oder wenn ich irgendwo hinschaue, ich mache das täglich, weil ich ja auch irgendwo, zum Beispiel, wenn ich ein Problem habe, ich bin jetzt einfach mal grantig, ich bin einfach furchtbar grantig und habe keine Ahnung warum, kann ich da reinschauen, was ist denn los? Warum? Was steckt hinter der Grantigkeit? Was habe ich gemacht, gedacht oder woher kommt die? Dann sehe ich ja auch immer solche Szenen, die ich interpretieren muss. So ist mein Schauen und ich sehe fast nie einen Fluss und darum ist mir der ja gleich aufgefallen, warum ist jetzt da ein Fluss? Ich lasse die Szene, dann muss es weiterlaufen, ich muss das, Normalerweise ist es so, warum erzähle ich euch das? Vielleicht interessiert es ja, dass ich in diesem Moment sage, Stopp, halte den Film an und schreibe auf, Gehsteig, Straße, Fluss, Brückengeländer, also alles, was ich so sehe. Häuser im Hintergrund, Häuser im Rücken, also all das, was ich sehe. Dann lasse ich das weiterlaufen und dann sehe ich Regenschirme, es regnet, es prasselt ganz, und auch das Prasseln habe ich gehört, Leute laufen ins Haus, Türen knallen zu, habe ich gehört, Fensterläden zu, habe ich gehört, andere Leute bleiben stehen und dann deuten sie auf etwas, etwas ist wichtig, etwas ist sehenswert, dass sie im Regen stehen bleiben. Das würde ich jetzt alles so aufschreiben und bei mir ist dann so, unterm Schreiben habe ich dann schon wieder Ideen, zum Beispiel, das ist ja zu ähnlich gewesen, ich habe ja gesagt, das Geländer, das habe ich jetzt überhaupt nicht beachtet, aber das Geländer ist eine Abgrenzung. Wir werden von dem richtigen Wissen, wo der Fluss ist, abgegrenzt. und die Leute stehen ja am Gehsteig und da ist die Abgrenzung vom Fluss und genau da deuten sie auch hin. Der Regen kommt von oben. Abgrenzung hier, könnte sein, dass die auf die Abgrenzung, weil ich sehe sonst nichts, ich sehe nicht, wo die hindeuten, aber da ist diese, 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 ja, diese, wie heißt denn das? Geländer, Geländer, also eine Abgrenzung und da deuten sie ihn, so ungefähr da ist die richtige Wahrheit. Das ist jetzt der Fluss da. Da ist die richtige Wahrheit. Das, was von da oben kommt, halte ich mit dem Regenschirm aus, das will ich nicht, da will ich hin. Verstehst du? Also, und während ich das dann praktisch so aufschreibe, genauso wie ich es dir jetzt erzählt habe, kommen mir, da schreibe ich nämlich die Details eben auch auf dieses Regenprasseln, dass hier wirklich getrommelt wird, das hat sich ein bisschen angefühlt wie trommeln, dass es wirklich Schläge gibt, weil ich hier Türen und Fenster zuschlagen, es gibt wirklich Schläge, also dass irgendwas gerüttelt wird, dass die Menschen ein bisschen erschüttert beim Schlag immer. Ich habe auch die Straße gesehen zum Beispiel, aber umso mehr ich, immer wenn ich das aufschreibe, in dem Moment fangt mein Gehirn zu rattern an und erzählt mir, was das alles zu bedeuten hat, so ähnlich wie ich es dir jetzt erklärt habe, weil ich da die Details eben auch aufschreibe und genauso war dieser Sonnenschatten, der dann auftaucht, der da so wie so Aquarellfarben sich dann hier so reinmischt und hier war absolute Erreichterung und Freude und Wohlgefallen drin. Ich hätte das jetzt auch weiterschauen lassen können, ob das jetzt da so rüber schwappt oder nicht, aber es hat mir gelangt, dass es hier praktisch ein guter Ausgang ist, dass hier der Ausgang hier von der Vergangenheit in die Zukunft geht, das ist nämlich auch so was. nach rechts links links ist die Vergangenheit rechts ist die Zukunft hier hat die linke Seite die Vergangenheit eine Sonne bekommen und das ist so reingeschwappt das heißt, hier wird die Vergangenheit geklärt hier wird Sonne und Wahrheit in die Vergangenheit gebracht was dann zu uns geht ich habe jetzt nicht geguckt ob es jetzt weiter geht ich war ja nur für Mai aber es ist ja egal nur, darum sage ich jeder Seher sieht anders ich sehe auch einen Film wenn du so siehst aber das ist meistens nicht mit den also es gibt Seher die sehen das Leben des Anderen irgendwie wie ein Film nein, bei mir ist das kein Film also ich weiß nicht bei mir ist das halt anders also ich habe manchmal ist Zeichentrick dann sind es wieder Figuren heute waren es Menschen die ich aber bloß von hinten gesehen habe weil es ja geregnet hat ist immer Perspektive und ich muss sie halt interpretieren ja und ich sage meine Vision kann auch nur ich interpretieren wirklich weil ich die natürlich so gezeigt bekomme wie ich denke es kann ja sein dass zum Beispiel jemand fast ertrunken wäre und panische Angst vor dem Wasser hat dann ist diese Szene für den bestimmt nicht lustig der sieht auch diesen Fluss nicht als positives Wissen vielleicht vielleicht sieht er das als Gefahr weil er eine Beschreibung hat dementsprechend versteht ihr darum kann man ganz schlecht auch diese ganzen Deuter wie Irlmeier und 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 wie die alle heißen also die ganzen Hellseher ganz schlecht nachdeuten was hat der jetzt wirklich gemeint weil du nicht in seiner Haut steckst und weil Irlmeier zum Beispiel ist so oder auch bei allen anderen ist so die sind in ganz anderen Verhältnissen aufgewachsen der ist im Krieg aufgewachsen und natürlich wenn da irgendein Panzer kommt sieht der da riesen Gefahr ist ganz klar wenn ich jetzt einen Panzer sehe sehen würde dann würde ich mal da hinschauen warum sehe ich jetzt da einen Panzer ich kann mit dem nichts anfangen und mir würde es erklärt werden Irlmeier hat da gleich einen Schluss gehabt warum so wie bei mir ich habe das Wasser gesehen für mich war das Wissen das war für mich klar weil das für mich so ist und so für Irlmeier weiß ich nicht was bei dem was bedeutet hat oder bei jedem anderen Seher ist es wurscht man deutet nur so und das geht immer nur von dir aus und darum kann man Hellseher oder Geschichten von Hellsehern ganz 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 schlecht deuten weil du nicht in den Menschen drin steckst wenn ich jetzt da eine Klientin habe oder für irgendjemand weil ich ich mache das ja so Zukunftsschauen mache ich eigentlich ganz selten eigentlich mache ich was steckt hinter dem Problem was steckt hinter dieser Angst und so weiter das ist ja das Energetische wo man schauen kann oder in welchem Körper steckt das im Energiekörper im Ätherkörper oder wo im im normalen Körper steckt ist ja Blockade oder 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 das kann man ja alles sehen und ich frage ja meistens was steckt denn da hinter und dann sehe ich eine Szene ich sehe immer eine Szene da ich also manche können das es gibt zum Beispiel eine Technik da lässt du eine eine Rolle aufmachen und da steht das drauf bloß bei mir steht da nichts also bei mir steht da ganz viel aber ich kann das nicht lesen also ich kann nicht lesen keine Chance überhaupt keine Chance also ich brauche diesen Film sonst habe ich keine Ahnung was ich dazu tun soll ich brauche da einen Film und ich bekomme dann eine Szene und wenn ich jetzt einen einen Klienten zum Beispiel habe und dann sage ich du erkläre ich die Szene so wie ich die sehe oder wie ich meine es zu sehen red aber mit den Menschen und sag hast du da schon mal ein Problem gehabt da ist ich ich sehe jetzt einen Mann und da sehe ich dann oft Menschen die ich sogar beschreiben kann ein Mann der hat einen Bart ja das ist mein Onkel und der ist riesengroß und du bestehst so als kleines Mannschen da daneben also ein Ungleichgewicht absolutes Ungleichgewicht das Kind vielleicht zittert auch noch war in der Kinderzeit das kann ich dann alles so ablesen und kann meinen Klienten fragen kennst du da was war da was und wenn sie mir dann irgendeinen Detail gibt oder irgendwas sagt schaue ich passt das da dazu ist das eins und dann auf einmal kommt dann wirklich etwas raus also sowas geht geht auch aber in Verbindung dann mit den Klienten kriegst du es natürlich dann bestätigt oder nicht bestätigt weil da geht es dann meistens um die Vergangenheit und da ist es natürlich einfacher weil wenn ich jetzt auch für mich schaue ich habe letztes Mal ja eigentlich einen Hinweis bekommen dass bei mir irgendwas dass hier irgendwo eine Plakade ist und ich habe absolut nicht gewusst wo ich hinschauen soll und überhaupt keine Ahnung und habe dann am Abend da reingeguckt für mich und habe gesagt okay ich habe eine Information ich habe eine Blockade ich weiß nicht wo ich hinschauen soll zeig mir mal was und ich sehe ein Bild ich sehe nur ein Bild mit kläffenden Wölfen das war alles was ich gesehen habe da denke ich mir was soll ich jetzt damit und dann ja ich guckte dahin und da war das war mehrere Eingebungen und ich schiebe dieses Bild so weg und sehe hinter dem Bild ein kleines Mädchen zittert und dann habe ich mich mit dem kleinen Mädchen unterhalten und dann kam raus das bin ich im ganz kleinen Alter und das Mädchen war völlig fix und ertig Papa ist böse also das war eine Szene aus ganz kleinen also wo ich ganz klein war wo ich praktisch das wirklich mit bösen Wolfen assoziiert habe also mit wirklich was Schlimmen und mich versteckt habe weil Papa ist böse also ich sage mein Vater ist ein Idiot und das war zum Beispiel eine Situation die ich überhaupt nicht mehr wusste da weiß ich heute noch nicht wo es ist ich musste aber auch nicht weiter reingehen also ich musste jetzt nicht wissen was genau da vorgefallen ist weil ich die Szene kenne ich überhaupt nicht ich habe das Kind aufgebaut mich in diesem Alter aufgebaut und ja wirklich also einfach dieses diese ich das ich sehe die immer als Kinder bei mir also ich habe ja ganz viele 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 Kinder in mir weil ich sie immer als Kinder sehe aber das ist eigentlich ein eigentlich ist es ein Trauma was ich in irgendeiner ganz ganz jungen Zeit erlebt habe das heute überhaupt nicht mehr weiß aber in mir noch festgesteckt ist und da ich es nicht weiß kann ich es nicht bearbeiten die ganzen Szenen mit meinem Vater und alles habe ich alles bearbeitet habe ich alles hinter mir ich dachte da ist nichts mehr ja ein Pfiffkast das war eine Szene die ich nicht wusste die wusste ich einfach nicht aber ich muss jetzt da nicht rumforschen und schauen was ich da genau abgespielt habe ne spielt keine Rolle ich weiß dieses Mädchen also ich in diesem Alter hatte ein Trauma mit meinem Vater weil der Vater böse ist und dieses Trauma muss ich jetzt bearbeiten und bei mir läuft es immer so dass ich diesen Mädchen helfe dass ich mir selber helfe dass ich dieses Mädchen jetzt beschütze dass ich ihr klar mache dass sie ganz tapfer war dass sie ganz toll ist dass wenn sie dass wir das also ich jetzt das bin weil sie so tapfer war dass sie jetzt geschützt ist dass jetzt überhaupt nie mehr was passieren kann und 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 mit diesen Mädchen habe ich sogar meinen Vater kommen lassen das ist aber dann nichts geworden also der der Vater ist zwar dagestanden aber das Kind wollte da also ich in diesem Alter wollte da gar nicht hinschauen und dann habe ich es was anders gemacht ich habe dann gesagt weißt du was wir jetzt machen wir holen jetzt den Vater aus der Person raus der er auch hätte werden können also die gute Seite meines Vaters die da eigentlich auch drin steckt und dann ist praktisch aus meinem Vater der da stand eine zweite Person rausgestiegen der ein sehr sehr liebevoller Mann weil mein Vater ist ja nicht nur ein Arschloch mein Vater hat auch sehr gute Seiten und praktisch das Arschloch ist stehen geblieben und mein Vater ist da rausgekommen und dann war das ein wirklich toller Vater und den konnte diese Kleine annehmen da haben wir uns dann praktisch versöhnt und der Vater hat gesagt ja ich weiß das ist der noch er kann aus seiner Haut nicht raus das hat er nie geschafft zu Lebzeiten er der richtige Vater der er sein hätte können hat sich bei uns entschuldigt hat uns die Liebe gegeben Zuversicht gegeben und hat gesagt ja ich weiß der steht da noch aber das bin ich auch und ich gebe euch das was ihr nicht haben konntet und dann ist er zurück und der Vater das Arschloch Vater ist dann wieder gegangen aber das hat diesen kleinen Mädchen ununwahrscheinlich geholfen das hat sie annehmen können ich habe das annehmen können und habe mich mit in der Szene versöhnen können also man muss da ein bisschen einfallsreich sein man muss da ein bisschen tricky sein und da ich das mich selber immer in der Szene sehe als kleines Kind und ich sehe ganz viele Kinder denke ich mir und da ich Mutter bin ist es vielleicht ein bisschen leichter für mich wenn das jetzt mein Kind ist das ist mein Kind das bin ja ich was braucht das Kind jetzt um wieder Vertrauen zu fassen was kann ich dem Kind geben und genau das tue ich ich tue praktisch das mit mir was ich damals gebraucht hätte ich verändere die Szene meiner Vergangenheit aber nicht in dem dass ich irgendwie was verändere das kann ich gar nicht ich verändere das Gefühl mit dem ich aus dieser Szene herausgegangen bin und das Gefühl mit dem ich als kleines Mädchen jetzt rausgegangen bin heißt ich bin sicher heißt in meinem Vater steckt der kann nichts dafür der ist wie er ist aber da steckt auch noch ein ganz anderer Mensch ist und zwar drin und zwar der den das Mädchen den ich gesucht hätte der ist auch da drin auch wenn ich ihn nie gesehen habe aber ich wusste der ist da der hat mir in dem Moment die Liebe geschenkt und das kleine Mädchen hat genau das gebraucht und dieser Ausgang war jetzt obwohl die Szene immer noch die gleiche ist wovor sie Angst hatte aber jetzt hat sie einen guten Ausgang und das ist das was dein Leben im Nachhinein verändert weil die Szene die Vergangenheit bleibt wie sie bleibt aber das Gefühl mit dem du da rausgehst ist ein anderes und das macht es aus das Trauma ist praktisch in dem Moment aufgelöst wenn du boah das war jetzt heftig aber ich bin gewachsen dran wenn du so rausgehen kannst und dieses Mädchen ist glücklich da rausgegangen weil jetzt darf sie wieder spielen sie muss sich nicht mehr verstecken oder sonst irgendetwas also dieses Trauma ist aufgelöst dieser Teil in mir der immer noch hinterm Bild gesessen ist Angst gehabt hat vor diesen Wölfen da vorne ist erlöst dieses Trauma gibt es nicht mehr und solche Trauma haben wir alle Millionen ich sage ich konnte mich an diese Szene gar nicht erinnern ich habe bloß von allen möglichen Seiten gehört ich habe eine Blockade das hat mir mein Masseur gesagt das haben mir meine Karten gesagt und online habe ich mir irgendeine Kartenregel angeschaut die ich furchtbar gern eigentlich anschaue die sagt dir das gleiche ich denke mir was soll denn das jetzt hier am einen Tag von drei verschiedenen Menschen erzählt bekommen ich habe eine Blockade ich denke mir da muss ich jetzt reinschauen ich kenne keine Blockade das wurde mir gezeigt und da ist natürlich die Sicht und das ist ein ein Schauen was ich ja gelernt habe was energetisch ist wo du in die Vergangenheit gehst ist natürlich furchtbar hilfreich absolut hilfreich weil ich hier wirklich eine Szene gesehen habe eine ja und ich konnte das halt einfach auflösen ja habe ich euch wieder meine Story erzählt von mir ja ihr könnt es ja Gott sei Dank abschalten wenn ich immer zu viel rede ist mir gerade so aufgefallen ich weiß gar nicht wie ich da überhaupt da drauf war wie kam ich jetzt darauf dass ich euch das erzähle von diesem Wissen ach so ach so genau genau das kam daher weil jetzt das was ich euch erzählt habe im Grunde keiner interpretieren kann weil das für dich wahrscheinlich was anders bedeutet es kann aber möglich sein dass wenn du meine Szene die ich jetzt vorhin beschrieben habe hier vor diesen Karten also nicht von mir sondern das von diesen Karten wenn du die für dich aufschreibst alle Einzelheiten die ich gesehen habe Bürgersteig Straße Bürgersteig Geländer reißender Fluss prasselnder legen Lärm und 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 also alle was ich erzählt habe aufschreibst und du dir deine Gedanken darüber machst dass du in Summe aller zu einem anderen Schluss kommt der aber für dich passt der dann passen könnte da musst du aber wirklich alles in Betracht ziehen was da was da was da ist weil für dich könnte das Hauptthema nicht der Fluss sein sondern irgendwas anders die Regenschirme die ich gesehen habe oder 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 dass dein Augenmerk woanders hinfällt bei mir war es der Augenmerk der Regen der Regenschirm war mein Augenmerk und der Fluss da also viel Wasser wenn dein Augenmerk woanders hinfällt könnte sich das ganze Ding umschreiben für dich kannst du mal probieren möglich weil diese diese Sichtungen besonders wenn ich ich habe es ja für alle gesehen da ist für jeden jetzt was drin aber das muss er für sich rausfinden ich kann es nur so sehen wie ich sehe gut jetzt habe ich aber ganz ganz viel geredet jetzt ist aber gut ich wünsche euch einen wunderschönen schönen Mittwoch habe die Ehre grüße meine karten sind nun endlich fertig und da ich immer wieder gefragt werde ja man kann sie auch kaufen ich habe da eine Kleinauflage machen lassen und im Kartendeck sind hier steht 115 Karten stimmt aber nicht es sind 117 Karten denn ich habe drei Lehrkarten mitmachen lassen das ist die Schachtel von mir dass ihr eure eigenen Beschriftungen wenn ihr mehr Kinder habt Opa oder 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 drauf machen wollt dabei habt also sind es 117 Karten und kosten 59 Euro ich blende jetzt hier irgendwo meine E-Mail Adresse ein und auch den Preis und möchte euch ganz kurz für die die es nicht wissen diese Rückseite mal ganz kurz vorlesen dauert gar nicht lang nur dass ihr wisst was ich damit meine du kannst auf üblicherweise Karten lehnen und schauen was dich in der Zukunft erwarten könnte erwarten könnte weil du der Gestalter deines Lebens bist du kannst aber auch rausfinden warum die Zukunft sich nicht so zeigt wie du gerne möchtest du kannst lernen was du ändern musst um das gewünschte Ergebnis im Leben zu erreichen dieses Kartendeck ist entwickelt um auf leichte Art zu erkennen warum das Leben nicht wunderschön ist sie zeigt dir wohin du schauen musst was du ändern musst darfst in dir um deinen Weg zu gehen der Weg deines Lebens der erfüllend und glücklich ist denn das ist meines Erachtens der Sinn des Lebens ein Leben in dem du lernen und lehren kannst auf diesen Weg auf dessen Weg die Sonne scheint natürlich wird es ab und zu mal regnen aber das vergeht sehr schnell wieder und alles blüht danach noch schön ich sage das Leben ist ein Ponyhof lerne es zu leben das ist das was auf der Rückseite steht und das sind meine eigenen Worte und auch das was ich mit diesen Karten ausdrücken will machen machen wollte mit diesen Karten kannst du wirklich dein Leben in den Griff bekommen weil sie dir wirklich zeigen wo du hinschauen musst und wie du es machen kannst ich erstelle ein Video da ist nämlich kein Buch dabei also keine Anleitung dabei sie brauchen keine Anleitung und vor allem wäre so eine Anleitung oder ein kleines Buch noch viel viel teurer geworden und darum mache ich das online ich bin gerade dabei jede einzelne Karte zu benennen jede einzelne Karte zu zeigen in einer Dreierlücken in einer Neunerlegung wie man sie kombinieren kann was daraus zu deuten ist fürs Leben aber auch für die Energien und das ist eben ganz wichtig wenn du damit arbeiten willst und rausfinden willst wo muss ich denn hinschauen warum klappt es mit dem Geld nicht und da kann ich dir versprechen sie können wirklich wirklich helfen und wenn ich alle Karten durch habe wird es so in zwei Wochen so sein kriegst du auch den Link da kannst du dann wirklich einzeln jede Karte anklicken und dir das anschauen und danach werde ich dann ein großes Video machen mit all meinen Legesystemen und die sind zu 95% meine eigenen Systeme die ich dir alle vorstellen werde und auch sagen werde wie du damit arbeiten kannst für dich selbst oder für andere wie du es halt möchtest und ich kann bloß sagen meine Karten haben mir unwahrscheinlich geholfen und helfen immer noch du musst nicht du darfst gerne und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag habe die Ehre